Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Video auf dem Kanal MathePool. Heute wollen wir uns mit den Zinseszinsen beschäftigen. Hier sind zwei solcher Formel für die Zinsberechnung. Insbesondere treffen wir hier wieder auf die uns gut bekannte Exponentialfunktion. Und mit dieser ist sozusagen die Geldvermehrung leicht gemacht. Wie das gemeint ist, das wollen wir uns jetzt genauer ansehen. Gut, wir haben das Ganze in zwei Kapitel aufgeteilt. Zuerst werden wir uns die übliche Zinsformel ansehen. Und im zweiten Teil werden wir dann sehen, was passiert, wenn wir die Intervalle für die Verzinsung immer mehr kürzen. Und wir werden dann sehen, dass wir auf die Exponentialfunktion kommen. K0 soll unser Anfangskapital sein. KN, das Kapital nach N Jahren. Das heißt also, N gibt die Laufzeit an. P' sei der jährliche Zinssatz. Und P definieren wir als P' durch 100%. Der Zinssatz wird immer in Prozent angegeben. Aber wenn wir so P benutzen nachher in den Rechnungen, haben wir nicht so viel zu schreiben. Gut, hier haben wir so eine Zeitachse aufgeschrieben. Im 0. Jahr ist unser Kapital, also am Anfang, gleich K0. Nach dem ersten Jahr haben wir unser ursprüngliches Kapital plus die Verzinsung. Also P mal K0. Dann, da stimmt was nicht. So, jetzt habe ich das noch geändert. Da war ein Fehler drin. Im zweiten Jahr haben wir, also das Kapital im zweiten Jahr, K2 ist gleich das Kapital aus dem ersten Jahr, das wir ja schon verzinst haben im Anfangskapital, plus die Verzinsung auf dieses Kapital. Und wenn man das so weitergeht, erhält man Kn, also das Kapital nach N Jahren, ist Kn-1 plus P mal Kn-1. Wir haben das hier noch ein bisschen schöner aufgeschrieben. Hier haben wir das Kapital nach dem ersten Jahr. Also wie gesagt, ist das Anfangskapital plus die Verzinsung für dieses Anfangskapital im ersten Jahr. So, üblicherweise sind das 5% und wir wissen, P ist bei uns 5% durch 100%, also 0,05. Und wenn man das, hier kann man K1, hier kann man K0 rausheben und man fügt eine Klammer hinzu, dann hat man K0 mal Klammern 1 plus P. Im zweiten Jahr haben wir das Kapital aus dem ersten Jahr plus eben die Verzinsung dieses Kapitals. Und wiederum können wir K1 rausheben und wenn wir jetzt statt K1 diesen Wert hier einsetzen, erhalten wir K0 mal K1 plus P mal 1 plus P, also K0 mal Klammer 1 plus P zum Quadrat. Und das ist so eine Gesetzmäßigkeit. Das kann ich dann für alle so machen. K3, diese 3, kommt dann hierher und dann haben wir K0 mal Klammer 1 plus P hoch 3. Und nach N Jahren habe ich eben K0 mal Klammer 1 plus P hoch N. Also keine große Sache. So, und da haben wir noch ein Beispiel. Und zwar unser Anfangskapital soll 10.000 Euro sein, die Laufzeit 3 Jahre, P 0,1, also unser Zinssatz 10%. Und 10 durchfüdiert durch 100 haben wir eben 0,1. Und das Endkapital ist gesucht. Das ist ganz einfach, es ist einfach nur einsetzen. Wir nehmen unsere Formel, K1 ist klar, 0 mal 1 plus P hoch N. Und haben, ja, da müsste ich eigentlich schreiben, um genau zu sein, K3 ist gleich 10.000 Euro mal Klammer 1 plus 0,1 hoch 3. Und das gibt uns die 13.310 Euro. So, das heißt, unser Kapital ist um 3.310 Euro nach drei Jahren angewachsen. Das ist ja ganz ordentlich, aber bei einem Zinssatz von 10% auch nicht ganz verwunderlich. Wer weiß, vielleicht, wenn die Inflation noch weiter steigt, sehen wir bald wieder solche Zinssätze weit weg von 0%. Gut, hier haben wir weitere Beispiele und da geht es vielmehr darum, die Formel umzuformen. Das ist recht einfach, hier ist K0 gefragt, dann definiert man eben durch 1 plus P hoch N. K0 ist gleich KN durch diesen Betrag. Oder wenn wir wissen möchten, wie lange die Laufzeit ist, also wir kennen unser End- und Anfangskapital, auch den Zinssatz, aber möchten jetzt wissen, wie lange die Laufzeit war, dann müssen wir das einfach auf N umformen. Zuerst dividiert man durch K0, jetzt kann man den Logarithmus nehmen. Es ist hier egal, ob man den natürlichen oder den Log nimmt. Wir haben hier den natürlichen Logarithmus genommen. Von der linken Seite rechts, die Hochzahl platziert sich vor den Logarithmus und jetzt kann ich durch den Logarithmus nochmal dividieren und komme auf diesen Ausdruck. Das könnte ich sogar noch weiter vereinfachen, aber für uns reicht das jetzt so. Dann haben wir noch, wenn wir das Endkapital kennen, Anfangskapital und die Laufzeit, können wir natürlich auch auf den Zinssatz rückschließen. P ist gleich gefragt, da haben wir eben, dividieren wir durch K0. Hier muss man dann eben die Entwurzel nehmen, das können wir, weil N kennen wir ja. Die Entwurzel aus diesem Ausdruck und dann noch 1 abziehen und voilà. Wichtig, wir bekommen hier, wie gesagt, wenn es 5% wären, hätten wir einen Ausdruck von 0,05. Weil P' gibt uns ja genau den Zinssatz an. Das haben wir am Anfang so ausgemacht. Gut, das wäre jetzt mal für diese einfache Rechnung, wie man zum Endkapital kommt nach 1 Jahren. Jetzt wollen wir uns aber eine Frage stellen, was passiert, wenn wir nicht nur jährlich verzinsen, sondern vielleicht, dass wir der Bank sagen, halbjährlich verzinsen oder wöchentlich. Was passiert da? Und das ist ganz interessant. So, jetzt kommen wir zu Punkt 2. Also gesucht haben wir hier die maximale Auszahlung. Wir wissen aus dem vorherigen Kapitel, da haben wir KN, also das Endkapital, mit dem Anfangskapital mal 1 plus P hoch N berechnet. Diesmal nehmen wir an, P sei 1. Das heißt, P' ist 100%. Also wir bekommen aufs Jahr 100% Zins. Das ist natürlich kaum realistisch. Aber für die Berechnung, die wir jetzt machen, ist es viel einleuchtender und für das Verständnis besser. K0 nehmen wir an, wir haben 1 Euro Anfangskapital. Ist die Verzinsung jährlich, dann haben wir, wie wir vorhin gesehen haben, K1 gleich K0 plus 1 mal K0 ist gleich 2 K0. Und das sind 2 Euro. So, jetzt stellen wir uns die Frage, also wir sind ja auf der Suche nach einer maximalen Auszahlung. Wir können nichts mehr am Zinssatz ändern. Wir können das Anfangskapital nicht ändern. Die Laufzeit auch nicht. Aber wir können das Intervall der Verzinsung ändern. So, da kommen wir zu unserem ersten Beispiel dazu. Wir sagen uns, okay, wir sehen uns die ganze Geschichte mal an für eine halbjährliche Verzinsung. Wir wissen, P ist gleich 1. Was ist jetzt da mit P 1,5 gemeint? Also P, die Verzinsung im ersten Halbjahr, ist 1,5. Also wenn man es umfährt, eben 50%. Und im zweiten Halbjahr ebenfalls 1,5. Nochmal die 50% zusammen. Gibt 1,5 plus 1,5 eben das Ganze. Oder eben 100%. Und damit wollen wir uns das mal hier auf der Zeitachse ansehen. K0. Hier sind wir mit K0 gleich 1 plus P halbe. Und K2, also im zweiten Halbjahr, ist das zum Quadrat. Gut, wir sehen uns das hier an und bemerken, ah ja, das ist tatsächlich gestiegen. Also K1 ist K0 mal 1 plus P halbe Quadrat. Und wir sind auf 2,25 Euro gekommen. So ein Viertel Euro mehr als bei der jährlichen Verzinsung. Okay, jetzt sehen wir uns das mal an, wie es aussieht bei einer monatlichen Verzinsung. Monatlich, wiederum gehen wir davon aus, P gleich 1. Also aufs Jahr gerechnet muss es unsere 100% geben. Und die verteilen wir jetzt auf in zwölf Monate. Also gibt es immer einen Zwölftel. Zwölf mal ein Zwölftel gibt eben ein Ganzes. Und wir starten hier und nach dem ersten Monat zahlt uns die Bank diesen Betrag aufs Konto. Beim zweiten Monat wird dieser Betrag jetzt schon wieder mit einem Zwölftel verzinst und so weiter. Und wie wir im ersten Kapitel gesehen haben, wenn wir das einbezahlte Kapital immer wieder verzinsen, kommen wir eben auf diese Formel. K0 mal Klammer 1 plus P zwölftel hoch zwölf. In diesem Fall, weil wir ja zwölf Monate haben. So, wenn ich das ausrechne, K1, also für ein Kapital nach einem Jahr, haben wir unseren Euro mal 1 plus ein Zwölftel hoch zwölf. Und wir haben 2,61 Euro. Das ist ja schon ordentlich viel mehr als die 2 Euro, wo wir da bei der jährlichen Verzinsung hatten. Ja, wenn das so gut klappt mit den Monaten, dann probieren wir es wöchentlich. Und auch da, wöchentlich, da haben wir natürlich 52 Wochen. Jedes Mal ein 52stel, 52 Mal. Da kommen wir hierher. Und wenn wir das ausrechnen, sind wir bei 2,69 Euro. Das hat sich jetzt nicht mehr so sehr gesteigert, aber es hat sich gesteigert. Offenbar kommen wir langsam an unseren Grenzwert. Ja, wenn man das jetzt täglich macht, tägliche Verzinsung, haben wir ein 365stel. Wir haben das Jahr jetzt in 365 Tage aufgeteilt. Und wiederum kommen wir für unser Kapital nach einem Jahr haben wir 1 Euro mal 1 plus 1,365 hoch 365. Und das gibt uns 2,71 Euro. So, also die meisten haben das gesehen. Das erinnert doch ganz, ganz stark an eine sehr bekannte Formel. Und zwar an die E-Funktion. So, wir gehen jetzt davon aus und sagen, okay, was passiert, wenn wir in jedem Augenblick eine Verzinsung von der Bank erhalten? Dann geht dieser Wert hier, diese 365, wo wir täglich haben, da kann man sagen, ja gut, dann sehen wir uns Minuten an, dann wird der Betrag auf 80.000, 90.000 steigen, Sekunden, Hundertstelsekunden und so weiter. Also dieser Wert wird immer größer, dieser und dieser Wert. Also ist es richtig, wenn wir sagen, Limes für NGG nun unendlich, also die Zeitintervalle, die werden immer kürzer und im Summe natürlich viel mehr. Also wir lassen diesen Wert hier gegen unendlich steigen und diesen, und das ist natürlich die bekannte E-Funktion. Somit haben wir K1 mit dem Limes für die Zeitintervalle für die Zeitintervalle. Gegen unendlich haben wir Einfangskapital mal E hoch P. So, das ist eben mit P gleich 100 folgt Limes in gegen unendlich K1 ist gleich 1 Euro mal E, weil P ist ja 1 und das ist also unser Betrag. 2,71828 Euro. Nochmal. Wenn ich eine Verzinsung habe von 100% aufs Jahr gerechnet, dann bekomme ich bei der ursprünglichen Verzinsung 2 Euro aus, wenn es pro Jahr ausbezahlt wird. Und geschieht die Auszahlung aber in jedem Augenblick und wird es verzinst. Also wird dieses Intervall hier, wo wir hier haben, unendlich klein, also die Bank zahlt uns laufend ein Kapital aus und verzinst es gleich wieder und wieder und wieder. Dann haben wir hier einen Grenzwert, das kann nicht größer werden als 2,71828 Euro. Unsere bekannte eulersche Zahl. Da sehen wir wieder, wie wichtig diese Zahl ist. die kommt wirklich an sehr vielen, in vielen Situationen zum Vorschein. so auch hier. Und 2,71828 Euro minus 2 Euro. Das sind doch immerhin 0,71828 Euro. Ja, das ist gut ein Drittel mehr als bei der ursprünglichen Verzinsung. und das macht doch einiges aus. Vor allem, wenn der Betrag grösser wird. So, wir haben das hier nochmal aufgeschrieben. Angenommen, wir bekommen einen Zinssatz von P100, Kapital 1 Euro sein. Wir erhalten genau dann ein Maximum an Auszahlung am Ende des Jahres, wenn die Bank eben unsere Kapital zu jedem Augenblick zu jedem Augenblick verzinzt. Das wird sie leider natürlich nicht tun, aber wenn das so wäre, müsste sie ein Maximum dann eben auszahlen. Und das ist auch der maximale Betrag. So, jetzt kommen wir noch zu einer wichtigen Beobachtung, einer Bemerkung. In einem unserer Videos auf Mathepool haben wir uns mit der E-Funktion schon beschäftigt. Ich glaube, im Zusammenhang mit der Euler'schen Identität und da haben wir auch die Herleitung gezeigt. Wie man diesen Zusammenhang noch sieht, das erkläre ich euch jetzt an diesem Diagramm. Und zwar, wir haben hier das kathesische Koordinatensystem, hier haben wir blau die E-Funktion und wir legen uns eine Tangente an die E-Funktion und zwar bei x gleich 0, das heißt y gleich 1. Warum? Ja, weil e hoch 0 gleich 1 ist. Gut, diese Gleichung der Tangente ist sehr einfach. Wie gesagt, wir haben hier den Durchstoßpunkt bei 1, das ist diese 1 hier, plus Steigung haben wir 1 mal x. Warum haben wir Steigung 1? Weil die Exponentialfunktion abgeleitet gibt, wiederum die Exponentialfunktion. Das sehen wir hier. und für das ist also unsere Steigung und für x gleich 0 haben wir Steigung 1 und das sind eben unsere 45 Grad. Gut, und somit können wir die Gleichung dieser Tangente hier locker hinschreiben und insbesondere machen wir die Feststellung, dass für sehr kleine x können wir schreiben, e hoch x ist ungefähr 1 plus x, wenn x eben genügend klein ist. Tja, und genau diese Beobachtung machen wir aber auch hier. wir lassen ja das n gegen unendlich laufen, egal wie groß z ist, dieser Ausdruck wird dann immer gegen 0 gehen. Und genau diese Beobachtung machen wir hier bei 1 plus x bei dieser Tangente. Da haben wir eben diesen Zusammenhang. so, das können wir an einem Beispiel besser noch sehen. Wir können e hoch 35 auch schreiben als e hoch 35 durch 10.000 hoch 10.000. Die 10.000 kürzen sich ja so weg. Und wir haben gesehen, dass also wenn wir das als x hier ansehen, als dieses x hier, das ist dann sehr klein, 35 10.000 still, das geht fast schon gegen 0. Also kann ich diese Gleichung ansetzen, das machen wir hier, das ist ungefähr eben 1 plus diese 35 1000 still und somit können wir weiterschreiben, dass dies gleich 1 plus 35 10.000 still hoch 10.000 ist und genau da sehen wir jetzt den Zusammenhang zu unserer E-Funktion daraus folgt E hoch 35 ist ungefähr 1 plus 35 10.000 still hoch 10.000 und deshalb klappt das mit dieser Darstellung so viel noch dazu So dann kommen wir noch zu einem Beispiel hier sei K 0 10 Euro N haben wir 100 Jahre und P-Strich sei 5% also haben wir unser P gleich 0,05 da haben wir unser Endkapital wenn wir das so einsetzen mit 1315 Euro und wenn wir es mit der E-Funktion machen hier müssen wir natürlich wenn wir das mit P machen N mal P durch N da wird wir auf die Darstellung der E-Funktion kommen und somit haben wir K0 mal E hoch P mal N also 10 Euro mal E hoch unsere 0,05 mal 100 und das gibt 1484 Euro also doch deutlich mehr wenn wir jetzt N auf 500 erhöhen dann kommen wir schon auf gigantische Zahlen nämlich auf beinahe 400 Milliarden Euro beim Endbetrag wenn es 500 Jahre angelegt würde oder mit der E-Funktion sogar auf 720 Milliarden Euro also wenn der Betrag laufend verzinst würde darin sind natürlich nicht berücksichtigt die Inflation etc viele Sachen aber bei uns geht es jetzt in erster Linie ja darum den Unterschied zwischen diesen zwei Gleichungen heraus zu streichen gut damit wären wir eigentlich durch das ist wie gesagt noch eine wichtige Darstellung die solltet ihr euch merken so könnt ihr immer die E-Funktion diese Darstellung erklären anhand der Tangente Gut das wäre jetzt bezüglich Zinses Zinsen alles was ich sagen wollte und vielen Dank dass ihr wieder zugesehen habt und freue mich wenn ihr das nächste Mal wieder auf MathePool dabei seid bis dahin wünsche ich euch alles Gute Adieu